Die Duchatelet-Forschung, die im eigentlichen Sinne erst Mitte des 20. Jahrhunderts mit Ira O. Wade's Publikation Studies on Voltaire with Summon Published Papers of Madame Duchatelet einsetzte, brauchte noch einige Jahrzehnte, um sich von einem bis dahin verbreiteten Modell der literarischen und psychologisierenden Rezeption ihrer Schriften zu emanzipieren. Auch nach der Publikation des Châtelet'schen Briefwechsels durch Theodor Bestermann 1958 fing man nur zögerlich an, ihren wissenschaftlichen Beitrag aufzuarbeiten. Als man es schließlich tat, so bezog man sich lange auf ihre wissenschaftlichen Schriften im engeren, also naturwissenschaftlichen Sinne, vor allem ihre Newton-Übersetzungen und ihr Hauptwerk Institutions de Physique Deutsch-Naturlehre. Gerade in den letzten Jahren wurde Émilie de Châtelet's bedeutende Position in der naturphilosophischen Debatte ihrer Zeit weitgehend erforscht und ist unumstritten. Ihre Naturlehre gilt als bedeutender Beitrag zu den grundlegenden naturphilosophischen Debatten der Aufklärung. Ganz anders erging es de Châtelet's moralphilosophischen Schriften. Obwohl eines der entsprechenden überlieferten Manuskripte Teil der Publikation von Araouet war, die eine Renaissance der de Châtelet-Forschung einleitete, wurde lange ignoriert, dass es sich bei de Châtelet's erster eigenständigen wissenschaftlichen Arbeit um eine moral- bzw. sozialphilosophische Schrift handelt. Die Übersetzung und Kommentierung von Teilen von Bernard Manville's Skandalschrift The Fable of the Beast or Private Vices Public Benefits, die sie in den Jahren 1734-35 verfasste. Im Falle dieses Textes kann die Schwierigkeit der Rezeption noch mit dem inhärenten Genre-Problem erklärt werden. Solange er als eine reine Übersetzung wahrgenommen wurde, war seine Anerkennung als Teil des eigenständigen Châtelet-Sensschaffens natürlich ausgeschlossen. Und die Genrefrage ist bis heute noch nicht geklärt. Anders verhält es sich jedoch mit de Châtelet's zweiter Schrift zur Moralphilosophie, ihrem Diskurs sur le bonheur, Deutsch, Rede vom Glück. Der Literaturwissenschaftler und Aufklärungsforscher Robert Moussy publizierte 1961 eine umfangreich eingeleitete kritische Ausgabe. Bedauerlicherweise überschritt Moussy nicht die Perspektive des biografischen, psychologischen und andere Kommentatoren folgten ihm darin. Die Glücksschrift wurde weitgehend als Bekenntnisschrift gelesen. Dass es sich um eine philosophisch relevante Schrift handelte, wurde nicht wahrgenommen. Daher war in der Forschung lange nicht von einer châtelet'schen Moralphilosophie die Rede. Dabei handelt es sich bei dieser bemerkenswerten Schrift um den Entwurf einer eudemonistischen Ethik in epikureisch-stoischer Tradition vor dem Hintergrund der großen aufklärerischen Paradigmenwechsel, dem Umsturz der spekulativen theologischen Ontologien zugunsten einer wissenschaftlichen Methodologie und damit der Negierung einer moralischen Autorität außerhalb des Menschen selbst. Methodologisch geht die Châtelet in ihrer Glücksschrift in spezifischer Weise empiristisch vor. Sie setzt sich aus ihrer persönlichen und damit spezifisch weiblichen Sicht mit der Frage nach dem Glück auseinander. Anders als viele ihrer männlichen Zeitgenossen setzte sie eben nicht bei einem allgemeinen Natur- und Vernunftbegriff an, um aus Gründen ideologischer Voreingenommenheit allgemeingültige Glücksbedingungen ableiten zu können. Die Châtelet setzt bei ihrer persönlichen Erfahrung an. Wenn gleich dies die spezifischen Erfahrungen einer Frau und Aristokratin sind, so eröffnen die Schlüsse, die sie aus diesen Erfahrungen zieht, aber einen Glücksbegriff, der die Einzelnen in ihrer Individualität berücksichtigt. Das Glück stellt sich bei ihr dadurch als eine Summe von Glücksmöglichkeiten dar, die sich im Einzelfall verschiedenartig gestalten bzw. gestaltet werden müssen, je nach Gesundheit, Alter, materiellen Bedingungen und Geschlecht. Damit expliziert sie zum einen eine Pluralisierung des Glücks, zum anderen bestimmt sie die konkrete Glücksmöglichkeit als Frage des individuellen Kalküls. Darin ist sie zu Beginn des 18. Jahrhunderts zukunftsweisend, da sie die Grundbestimmungen der später aufkommenden wirkmächtigen utilitaristischen Ethik vorwegnimmt. Anders als ihre historisch-epikureischen Vorgänger folgt aus diesen Setzungen allerdings keine Forderung nach der Unterdrückung der Leidenschaften, sondern ein leidenschaftliches Plädoyer für ihre besondere Relevanz für das Glück und eine Darlegung der Glücksgestaltung im Spannungsfeld zwischen Wahrung der Autonomie und Befriedigung der Leidenschaften. Welche Faktoren dabei eine entscheidende Rolle spielen, ist Inhalt der Rede vom Glück. Die zentrale Bedeutung der Leidenschaft in diesem Glückskonzept gründet in dem Zusammenhang, den die Châtelet zwischen der Leidenschaft und dem Luststreben als positiver empirischer Gegebenheit herstellt. Dieses fasst sie in hedonistischer Tradition als Urquelle allen Glücks. Das Glück steht in unmittelbarem Verhältnis zur Intensität der angenehmen sinnlichen Empfindung. Je lebhafter die Empfindung, desto größer das Glück. Ihr Begriff von Leidenschaft fügt sich in diesen Zusammenhang. Sie wird von ihr als eine Eigenschaft verstanden, die das Empfinden auf das Höchste steigert und somit das Glück. Damit distanziert sich die Châtelet von der stoisch geprägten Tradition, die die Leidenschaft als emotionales Widerfahrenes auffasst, dem sich der Betroffene kaum entziehen kann und das durch diese Einschränkung der Entscheidungsfreiheit allein schon eine Gefahr darstellt, die vermieden werden soll. Die Stoiker wiesen die Leidenschaften zurück und empfahlen eine kluge Haushaltung mit den Neigungen als natürlich gemäßigten Vorlieben. Die Châtelet wertet den Zusammenhang zwischen Leidenschaften und Neigungen um. Sahen die Moralisten in der Zurücknahme des Empfindens auf die Neigungen eine bewusste Entscheidung, um den Schmerzen der Leidenschaften zu entgehen, so stehen sie für die Châtelet für eine Art emotionales Defizit, das der Teilhaber am höchsten Glück enthebt. Ihr erscheint etwa das Ideal eines weltabgewandten kontemplativen Glücks nicht erstrebenswert. Ganz diesseitig und dem Leben zugetan, ist die Ruhe der Seelenfrieden eher eine erfahrene Notwendigkeit als ein Ideal. Spielt der Gedanke des Gleichgewichts auch in die Châtelet Glücksentwurf eine wichtige Rolle, so geht sie doch primär von einem Glück der Intensität aus. Die intensivsten Lusterfahrungen verheißen das höchste Glück. Die Châtelet versteht ihre Schrift als Lebensratgeber, der die Bedingungen für ein glückliches Leben darlegt, das über einen Gemütszustand höchster freudiger Herregung hinaus auf den Ertrag eines geschickt gelenkten Lebens verweist. Beides lässt sich durch das Konzept des Kalküls vereinbaren. Insofern die Lust Grundgegebenheit ist, die durch die Leidenschaften lebenswirksam wird, deren vernünftige Haushaltung aber erst das Glück konstituiert. So eröffnet sich dem Einzelnen die Möglichkeit, sie seinem Glück dienstbar zu machen. Dies besteht zum einen darin, ihnen nicht unkontrolliert nachzugeben, wie es die Châtelet in umfangreichen Ausführungen zur Liebe als exzeptioneller Leidenschaft darlegt. Zum anderen geht es aber auch darum, unter seinen Leidenschaften geschickt wählen und meiden zu können. In diesem Zusammenhang kommt nun die Vernunft als wichtiger Faktor bei der Verwirklichung des Glücks zum Tragen, in Form der Lebensklugheit französisch. Diese versteht nicht nur die inneren und äußeren Bedingtheiten des Glücks einzuschätzen, sondern taugt auch im Sinne ihres Zweckes zu feinen Selbstmanipulationen, wie der exzeptionelle Stellenwert der Illusionen in die Châtelets Glücksentwurf kundtut. Diese zählen zu den großen Voraussetzungen des Glücks. Sind Aberglauben und religiöse Vorurteile gründlich auf ihren Sinn und Anspruch hin zu prüfen, weil sie dem natürlichen Lustschreben zuwiderlaufen, so sind jene Täuschungen, die dem Vergnügen und somit letztlich dem Glück zuträglich sind, nicht zu hinterfragen. Das Glück kennt keine Wahrheit. Der Glücksgestaltung im Spannungsfeld von Leidenschaft und Vernunft gehen zwei Bedingungen voraus, ohne die für die Châtelet gar kein Glück möglich ist. Die Entschlossenheit zum Glücklichsein und die gute Gesundheit. Die Arbeit an Letzterer wird angesichts des Châtelets Setzung des Glücks als höchstem Gut geradezu zur Pflicht, die dem Einzelnen eine Mäßigung auferlegt, die besonders deutlich macht, dass Ausschweifung und Ekstase im Intensitätsideal du Châtelets keinen Ort haben. Von ihrem eigenen Lebensumfeld ausgehend fragt sie sich nach den psychischen und gesellschaftlichen Bedingtheiten des Glücks. Deren geschickte Manipulation ist Voraussetzung seines Gelingens. Die psychische Verfassung betreffend gilt es für sie, eine Spannung der Seele zu halten, die zwei extreme Gemütsverfassungen verhindert. Die Langeweile und die Sehnsucht. Letztere, die sie ganz unpathetisch als Enquietud bezeichnet, sieht sie als Geisteskrankheit, die in vornehmlicher Weise unser Glück verhindert. Der Zustand der Zufriedenheit, der mit einer Abkehr von solch unvernünftigen Begehren einhergeht, bringt jedoch eine andere Bedrohung des Glücks zutage. Die Langeweile, einem häufigen Leiden unter du Châtelets Standesgenossen. Das Glück ist nur möglich unter der Voraussetzung der bewussten Steuerung und Manipulation eines empfindlichen psychischen Gleichgewichtes, das die beiden genannten Extreme zu verhindern versteht. Es ist Selbstbeherrschung im wörtlichen Sinn. Im öffentlichen Raum wird das Lebensprojekt Glück an die Grenzen der Selbstbestimmung gebracht. Der Einzelne kann nicht glücklich sein ohne die Zustimmung der anderen, zumindest derjenigen, seines Standes. Ihre Anerkennung ist nicht nur eine willkommene Zugabe zum individuellen Glück, sie ist wesentlicher Bestandteil. Die Betonung der Soziabilität und ihre Bedeutung für das individuelle Glück durch du Châtelet kann nicht überschätzt werden. Die vermeintliche Forderung nach radikalem sozialen Konformismus erweist sich jedoch schnell als Täuschung. Nur scheinbar geht sie über die zumindest potenziellen Konflikte zwischen individuellem Streben und gesellschaftlichen Anforderungen hinweg. De facto macht sie der Gesellschaft die geringstmöglichen Konzessionen an persönlicher Freiheit. Sie fordert zwar zur Wahrung der Bienseance auf, also der gesellschaftlichen Konventionen der Schicklichkeit. Was aber die Sittlichkeit angeht, so stellt sie sich entschieden an den Anfang einer nachhaltigen Front gegen die geltenden christlich bestimmten Normen. So in ihrer Bestimmung der Vorurteilslosigkeit als wichtiger Voraussetzung des Glücks. Beschreibt Émilie du Châtelet das Vorurteil zunächst in einem allgemeinen Sinn, so ist doch augenfällig, dass sie als einzige Konkretion die religiösen Vorurteile nennt, auf deren außerordentlichen Einfluss in Fragen des Glücks und Unglücks sie besonders hinweist. Mit ihrer besonderen Betonung der Bedeutung der Vorurteilslosigkeit in der Verfolgung des individuellen Glücks, steht du Châtelet am Ursprung einer großen Bewegung im Kampf gegen die Vorurteile, die Dolbach und die Enzyklopädisten in den darauffolgenden Jahrzehnten zum Höhepunkt geführt haben. Noch radikaler zeigt sich ihre Umwertung des Tugendbegriffs. So bestimmt sie die Tugend einzig und allein über den gesellschaftlichen Nutzen. Mit diesem utilitaristischen Ansatz distanziert sie sich entschieden von christlich besetzten Tugendvorstellungen. Von der elementaren Bedeutung der Soziabilität für das Glück des Einzelnen überzeugt, behauptet sie, dass es kein Glück außerhalb der Gesellschaft geben kann, sodass die Anpassung zum Nutzen des Glücks zur Tugend wird. Bei der Gestaltung des persönlichen Glücks sind die gegebenen Rahmenbedingungen auch die gesellschaftlichen zu berücksichtigen, so wie der Einzelne sie vorfindet. Für die Châtelet sind im Einzelnen bei kluger Selektion der Neigungen und Leidenschaften und ihrer geschickten Umsetzung im Rahmen der Gegebenheiten seines gesellschaftlichen Standes der Machbarkeit des individuellen Glücks keine Grenzen gesetzt. Er muss es nur wollen und klug genug sein, es unter den gegebenen Bedingungen umzusetzen. 877.6 977.6 Vielen Dank.